Nein, ich klette mir nicht meine Haare, denn ich muss gar nichts damit machen. Ich stehe so auf. Freizeit? 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 Was mache ich hier? Das reicht, wenn ich es einmal sage. Es ist zu warm einfach. Es ist hardcore zu warm. Es ist hart. Hart. Warm. Leute, ich bin so funny, ey. Oh, ich bin so funny. Es ist hart. 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 Ich benutze nicht oft Parfüm. Aber wenn doch... Wo ist es? Dann die... Oh Gott, ich bin so cool. Was mache ich hier denn? Ich habe das im Auge. Nee, wenn ich mir das jetzt aus den Augen greibe, dann sehen meine Augen gleich wieder feuerrot aus und alle denken, ich hätte geheult. Jetzt habe ich ein Matschauge und es geht nicht mehr richtig auf. Gut, dann mache ich jetzt einfach so weiter. Oh, scheiße. Wenn du jetzt von der Straße überfahren wirst, von der Straße wirst du ganz sicherlich überfahren. Ja, also ihr müsst aufpassen vor den ganzen Straßen. Ja, die sind so schnell unterwegs. Die können euch ganz schnell überfahren. Wenn... 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 Die Frage macht mich aggressiv. Wohl mal wieder bei dem Punkt wären, dass meine Nachbarn mal wieder denken, dass ich voll einen an der Klatsche habe. Ich habe immer noch was im Auge, Leute. Das ist Schicksal des Todes. Nein! Na... Nein! 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 Wow, du hast es perfekt getroffen. Es hat mich noch niemand so realitätsnah getreut wie du. Leute, ich benutze nicht auf Parfüm, weil ich rieche von Natur aus nach Blumen. Das kann ich nicht in mein Video reinbringen. Wow, also das hat keiner vor dir geschafft. Wow. Wow. Also so realitätsnah zu malen. Also... Wow. Also mich so realitäts... Wow. Ich bin so ein Geisterkranker, ey. Ich glaube, ich kann das jetzt lassen, weil das wird eh ein Foto und... Ich frage mich gerade, warum ich jetzt die ganze Zeit hier so da sitze, das sieht schon ziemlich scheiße aus. Ganz ehrlich, ja. Ich glaube, ich habe es nur mit Vollidioten zu tun hier. Lern Mädchen. Ach, lern Schreiben Mädchen. Also lern Sprechen Mädchen. Meine ich. Lern Mädchen. Ja, Leute, ihr habt es gesehen, das war es schon wieder. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bin immer noch da. Ha. So, Leute, ich würde sagen, das Wartze... Das Wartze. Ich würde sagen, das Wartze. Das Wartzenschwein. Ja, Leute, ihr habt es gesehen, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns bald wieder. Oder wollt ihr noch ein bisschen hierbleiben? Wir können auch noch ein bisschen quatschen miteinander, wenn ihr nur wollt. Wir tun jetzt einfach mal so, als würdet ihr mit mir reden und ich beantworte einfach auf Fragen. Okay. Oh, gute Frage. Ähm, nein. Das habe ich mir auch schon oft so gedacht. Ähm, ich glaube, ich würde den Topf waschen. Oh, das ist auch eine gute Frage. Ich würde wahrscheinlich an der Lampe drehen, so lange, bis sie runterfällt und dann würde ich die Scherben aufheben. Kann es sein, dass du vielleicht schwanger bist oder so, weil du bist schon ein bisschen fett. Kann es sein, dass du einfach mal voll bösartig zu mir bist? Ich bin überhaupt nicht fett geworden und das muss ich mir nicht länger bieten lassen. Hm?